Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Life is Strange 2, Episode 2. Es ist schon wieder zwei Monate her. Wo waren wir stehen geblieben? Was brauche ich denn? Einen sauberen Topf finden und Essen zu bereiten. Okay. Manche Sachen erinnere ich mich noch, aber ich glaube, mit dem Bild haben wir noch mit Daniel noch nicht besprochen. Er sieht so sehr ernst an diesem Bild. Ich glaube, ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Oh, der Armand. Warte mal, ist das so Linguo? Ich bezweifle es auch. Wir müssen einen Topf finden. Darf ich schon mal essen? Zigaretten, ja, eh nie. Wo finde ich denn einen Topf? Da finde ich einen Topf. Ich würde das ja erst waschen wollen. Medizin, Schaumbad, kann ich nicht mit interagieren außer ansehen. Ich fühle mich sehr gut. Ich wünsche, dass wir ein großes Feuerplatz hatten. So, wie denn? Hm. Sehr schwere Entscheidung. Zu Essen vorbereiten. Und diesmal verspreche ich jeden Samstag uns so lange eine Folge. Wenn ich Zeit habe, natürlich. Also halb versprechen. Oh, das Trüffel ist süß. Trüffelskissen. Daniel braucht einen Doggo-Friend. Nein, noch nicht. Ich bin ein Ravioli-Experte. Ja, nee, ist klar. So, mit Daniel kann man nicht reden. Essen zubereiten, okay. Da ist eine Postkarte. Haben wir auch schon gesehen. Müssen wir jetzt wirklich warten, bis das hier fertig ist? Maybe I can draw a quick sketch outside, while the food is heating. Okay. Außenzeichnen. Okay. Cool. Ich denke, ich bin bereit, um das zu schildern. Dann zeichne ich mal. Mach hier aber was. Aber ich kann noch mehr Details, wenn ich nicht. Er hat im Bus Trüffel gerannt. Ach, da ist Trüffel, ja. Cool, ich denke, ich bin bereit für das Schraubchen. Komm schon, Mädchen, lass uns zurückkommen. Ihr süße kleine Hühnchen. So, muss das Essen doch jetzt vielleicht fertig sein. Okay, es scheint zu warm genug. Okay, das Essen ist bereit. Und du hast wie ein Spaghetti. Und du hast es auch schon, oder? Bon Appetit, Mushroom. Mann, sie liebt das Essen. Entschuldigung, ich bin cool. Hold on. Ich muss dir etwas zeigen. Um, okay. Ich muss ihm die Karte zeigen. Ich glaube, dass ich es mit meinen Büchern verlassen habe. Hm, nichts hier. Daniel, was hast du mit der Karte gemacht? Hm, was meinst du? Du weißt, was ich meine. Wo ist die Karte, die mit meinen Sachen war? Oh, diese Karte. Es ist in meinem Büchern. Sorry, Sean. Okay, in seinem Zelt. Durchsuchen. Trüffel. Er ist auch damn cute. Gut. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom. Come here, girl. What a great team. Eine Zeichnung. Hm. Ich könnte einen super coolen Manga über Daniel machen. Da ist doch die Karte, oder? For fuck's sake. Time to play dad talk. Dad talk? Oh Gott. Das kann ja was werden. Da ist jemand auf der Tür. What the? When did he show up? Motherf... Daniel? Hahaha. Got you. Hahaha. Gut gemacht. Yeah. Okay. Good job. Hör. Okay. Karte ablegen. Okay. Machen wir das in der Tätigkeit. Und kann man einen. Okay. Okay. Machen wir das in der Tätigkeit. Machen wir das in der Tätigkeit. Und kann man einen. Das wird nicht weggehen. Fass mich, Daniel. Du brauchst ein Medizin. Schau. Hier. Beaver Creek? Was ist das? Das ist wo Karen's Eltern... ... unsere Eltern leben. Okay. So, was? So können wir da gehen und... ... sie wird wahrscheinlich helfen. Sie sind Familie. Sie werden steben. Sie werden schlafen, was sie bräuchten. Sie sind Familie. Um... Sie sicher? Es wäre schön, Weihnachten mit unseren Großvätern zu sparen. Man, sie werden dich lieben. Papa ist super cool, und ich bin sicher, dass ihr euch die besten Freunde wird. Na ja, okay. Aber Mushroom muss auch sagen. Sie ist Teil der Team. Was sagst du, Frau? Okay, wann? Tomorrow. Je schneller, je besser. Wir haben einen langen Weg. Hmm. Wir sollten hier etwas Spaß machen für unsere letzte Nacht. Wie geht's mit Dice? Wenn ich gewinnen, werde ich auf deinem Backpack schreien. Du weißt, dass ich gewinnen und einen Dicke auf deinem Backpack schreien, oder? Ich glaube nicht so, Pussy. Party time. Okay, bereit zu verlieren, Kapitän? Watch your butt, matey. Here we go. Just need a six, a five, and a four. Complete ship. You're going down, dude. We'll see. We'll see. This ship is mine. Loosich, Kim, Sh intermittentرة, kann ich ihr Haus. Ahoy, Kapitän. More Pirates. Haiiiiii. High score. Hier geht's, Cargo. All right, got a full ship. I need to score big now. Awesome. You'll do better next time. Or not. Nice. Great job, blubber. Good luck beating that, matey. Don't worry about that. Your turn, blubber. Ich würde eh verlieren. Got a ship now. I need a captain. Come on. All right. Everyone on deck. I need the score now. Pretty, please. Is that it? Pretty good. Yeah. My turn now. Be ready to lose. Cool. Give me the same. Shit. No. What the hell? Yeah, it's better for him as X. I can see the dice rolling, dude. Of course it's rolling. You're throwing it. You're too obvious, man. No point in cheating if anyone can see it. Jeez. Okay. Need more practice. Man kann die Spielregeln auch ansehen. Okay. Kann ich aber die ansehen. Schiff Captain Crew. Keine Crew und ein Captain und kein Captain und ein Schiff. Schiff gleich 6, Captain 5, Crew gleich 4. Erst wenn Schiff Captain und Crew versammelt sind und nur dann kannst du die letzten Würfe als Beute einsetzen. Der erste Spieler der 20 Punkte Beute gewinnt das Spiel. Ahoi. Die Abenteuer von Dan und Trüffel. Warum kann ich dir die Würfe nicht auswählen? Warum kann ich dir die Würfe nicht auswählen? Ich kann die Würfe nicht auswählen. Ich kann die Würfe nicht auswählen. Definitiv. Er war ein großer Pirat. Wie wir. Captain Diaz, König der Zähne. Still incomplete? Jeez. Das klingt wie eine neue Stor. Captain ist bereit, um zu regeln. Ahoi. Eine Sporte der Fiat. Ich hoffe, Noah bleibt unsere Minecraft-Fortres alive. Before I come back. Ich bin sicher, er ist, Pao. No way he'd give up your Super Kingdom. Zero. Come on, my turn. Can I get something better this time? Let's just benutzen. Mushrooms growing up so fast. Really? I don't see much difference. Well, she's still a tiny dot. But I can tell she's getting older. And smarter. You're a smart girl. Right? She's so cute. I love her forever. So, I scorned. I... Und das als Spot hinzufügen. How are you gonna beat that? Dann nochmal würfeln. Now is the time for big numbers. Ha. Loot. Better than nothing. Alright. Your turn. Yes. Full ship. Yeah, yeah. Good job. I need the score now. Pretty, please. Oh, that's a nice score. I'm so scared. I'm so scared. I'm so scared. And I win. Do you know what it means? Yeah, okay. You want it. Here's my bag. Mmm. Let's see. Hier, was du denkst? Ha, ist das ein Mushroom? Ja, ich weiß, dass ich nicht so gut als du, aber... Nein, das ist... das ist wirklich cool, Mann. Danke. Also, wir machen einen anderen? Okay. Das macht schon Spaß. Revanche! Also, lass uns kurz machen. Okay. Cool. Gib mir das gleiche... Okay. Ich habe ein Schiff. Das ist besser als nichts. Komm schon, fünf. Ja, voller Schiff. Ah, die vier nehme ich auch noch mit. Here you go, Cargo. Alright. Now is the time for big numbers. Ja. Awesome. You'll do better next time. Or not. Schon wieder elf Punkte? Nein, vorher hatte ich 13. The dice are yours. Ich glaube, diese Runde werde ich auch nicht gewinnen. Was? Was? Komm schon. Sitz. Please. Sitz. All right. Everyone on dick. I need the score now. Pretty, please. Oh, that's a nice score. I'm so scared. Holy moly. Okay. Let me throw now. Sheesh. Gib mir das X. Komm schon. Oh, come on. Awww. Zero points. Your turn, lubber. What? Come on. Sitz. Please. Sitz. This game sucks. Don't give up. I don't wanna get a full ship. Come on. Zero. Okay. Let me throw now. Let me throw now. Don't. Full ship. Okay. Got a ship. It's better than nothing. I need a five. Just give me a five. Give me a five. Still incomplete? Geez. Sounds like a no straw. Komm schon. Komm schon. Oh damn. No full ship. Keine Punkte. All right. Your turn. That's kind of the one. Got a ship now. I need a captain. Come on. This game sucks. This game sucks. Phew. It was a close one. And I win. So. Let's do another one. Es wird spät. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay. Okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. It smells like ass. You're right. Yeah. Don't smoke. But. It's our last night. So. You can do anything. All right. All right. I heard you the first time, dude. You can do anything. No. You can get to any? No, no . No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. mit dem rauchen empfangen tor ist so süß du solltest den hündchen schon im auge behalten ihr seid mitten in einem wald das ist nicht gut und dann geht es so süß der arme schon möchte auch kräfte haben in guter möchte keine kraft haben life is strange 2 episode 2 regeln es kommt jetzt erst jetzt der titel lange habe ich mir in der letzten folge zeit gelassen im und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was wohl in Samtkopf wohl gerade vorgeht? Sorgen? Definitiv Sorgen. Hey Daniel, wie geht's? Es ist so. Ich komme. Gut, da es aber gerade gespeichert hat, würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle jetzt einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Life is Strange 2, Episode 2. Bis dahin. Toodoloo.